Mein Name ist Karl Lorber, wir sind mitten in der Südsteiermark und haben einen Lohnbetrieb für Maisernte, Küvesernte und Agrarhandel und bewirtschaften selber eine größere Landwirtschaft in Österreich und in Ungarn. Wir sind deswegen zu Agrifach gekommen, weil in Ungarn haben wir mit dem Hubschrauber gespritzt und durch die gesetzlichen Lagen wird das immer strenger und verboten. Und deswegen sind wir den ganzen Winter unterwegs gewesen und haben uns einige Spritzen angeschaut. Und auch zu Agrifach gefahren und die Spritze im Werk angeschaut. Und das war sehr beeindruckend von der Spritze, was sie alles kann. Und da sind wir auf Agrifach gekommen und die hat unsere Ansprüche erfüllt. Und weil wir bei uns relativ hohe Maisbestände haben, haben wir uns das Airflur Plus Gestänge gewählt, weil wir den Maiswurzelbohrer spritzen und bei uns der Mais relativ hoch wird, bis zu vier Meter oder auch ein bisschen höher. Und dass die Benetzung gut stattfindet, deswegen das Airflur Plus, dass die Brühe runtergedrückt werden kann. Durch die Wuchshöhe haben wir das Clarence Plus gewählt, dass man hochfahren kann, dass man wenig Schaden hat auf den Maisbestand. Und die Stabile Plus durch die Spureinstellung ist sehr einfach und man kann variabel die Spurbreite wählen, was man will. Und sie ist sehr standfest, die Maschine und sehr gut gefedert auch. Sehr gut ist eigentlich alles, aber der Fahrkomfort ist wirklich gut und die Bedienung ist sehr einfach. Das ist alles systematisch sehr schön dargestellt und das mit dem Touchmonitor ist das wirklich ganz einfach zu bedienen. Die Kabine ist sehr groß und geräumig, da sind wir sehr zufrieden. Und der große Pluspunkt ist zwischen der Kabine und dem Tank, da kann man sehr viele Spritzmittel mitnehmen. Das packt man in der Früh auf und nimmt man mit und kann man jederzeit reinfüllen, oben am Domloch. Und das Straßenfahren ist sehr komfortabel, weil sie sehr gut gefedert ist. Wir sind die Firma Demer aus Österreich, beschäftigen uns seit circa sechs Jahren mit Landmaschinen. Im vergangenen Jahr haben wir uns entschlossen mit einer Selbstfahrtspritze anzufangen. und da haben wir lange gesucht und sind letztendlich auf Agrifac gekommen. Warum Agrifac? Agrifac besitzt die bessere Technik. Es hängt um einiges voraus gegenüber dem Mitbewerb. Darum Agrifac und ich glaube langfristig das ganze Ersatzteillager sichert Agrifac besser als die Mitbewerber. Ja, wir haben jetzt eine Konto verkauft, die hohe mit der verschwellbaren Spur, Einsatzgebiet hauptsächlich Mais, Mais für Maiswurzelbohrer, das heißt hochgefahren. Auch mit der Luftunterstützung, das in Kombination können andere wiederum nicht. Darum wieder hin auf Agrifac. Der Kunde Lorba hat diese Spritze bekommen, ist auch sehr gut zufrieden, hat es einige tausend Hektar gemacht, bisher keine Probleme, also darum setzen wir auf Agrifac. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020